Hallo, Essen! Wir haben heute die Ehre, das Ganze ein bisschen zu eröffnen und euch ein bisschen warm zu machen. Es wartet nun ein richtig geiler Abend auf euch. Wir wünschen euch viel Spaß, aber Labarababa, komm, startet den Beat. Habt ihr Bock? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ja! Round 1! Ah, 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 ah! Dein Leben auf der Straße, geregelter Verkehr. Von allen Seiten kommen sie eindeutig kreuz und kär. Es fließt im Sekundentakt, später faserlackt. Erwach aus deinem Sekundenschlaf, völlig abstrakt. Geh deinen Weg, lass dich nicht unterdrücken. Verrückte sind da, um das Weltbild zu rechts zu rücken. Tu einfach so, als hättest du nichts zu tun. Und wenn dich einer wissen will, gibt das ein Alec Moon. Street Fighter, Style, Hart, Farce, Pretty, Glavur, Kupalusos. Komm, es mit Satsiki in den Straßen dieser Stadt. Werden Helden geboren. In den Straßen dieser Stadt hast du dein Handy verloren. In den Straßen dieser Stadt leben echtes Street Fighter. In den Straßen dieser Stadt gehen wir höher, schneller und weiter. In den Straßen dieser Stadt sind echt die Magie. Du hast'n A-Packert von was. Okay, wach werden, habt ihr Bock? Einerseits gleich und trotzdem anders. Die einen sagen schwach, die anderen sagen der kann was. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Die einen sagen dope, die anderen hängen ungeblieben. Einerseits gleich und noch viel gleicher. Ein cooles nicht zu überbieten, eine Erfahrung reicher. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Weil wir zahlen, zwei deutlich schreiben, Hip-Hop ein deutlich lieben. Butter, Edithus, Playz. Bist du verprüft, das ist das, was ich wollte, korrigier mich. Aber ist das nicht das, was du wolltest? Dann solltest du diesen Style wirklich genießen. Wörter, die dir wegeweisen, Blumen, die blühen und sprießen. Lass dir von keinem deine gute Laune vermiesen. Lass dir von keinem Pülen deine Suppe spruchen. Kick einfach da hin, rein, rein, schau, wie sie dumm aus der Wische gucken. Es geht weiter im vierviertel Takt. Ein Drittel des Ganzen haben wir schon alleine gepackt. Zwei Drittel des Ganzen haben wir in kleine Tütchen gepackt. Denn einer von denen hat uns ein Ganzes mitgebracht. Völlig autogen, cool, Turntables, warm, Michael, wenn nicht voller Horror. Dass unser Publikum schreit, gefühlt vermügt, verliebt. Dass man verfreudet beiden, weil wir geile Beats und Seppels mit rein vereint. Einerseits gleich und trotzdem anders. Die einen sagen schwach, die anderen sagen der kann was. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Die einen sagen do, die anderen hängen ohne geblieben. Einerseits gleich und noch für gleicher. An cool ist nichts zu überbieten, an Erfahrung reicher. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Weil wir zahlen, zwei deutlich schreiben, hip hop eindeutig schrieben. Einerseits gleich und noch für gleicher. An cool ist nichts zu überbieten, an Erfahrung reicher. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Die einen sagen do, die anderen hängen ohne geblieben. Einerseits gleich und noch für gleicher. An cool ist nichts zu überbieten, hab ich schon gesagt. Einerseits gleich, trotzdem verschieden. Weil wir zahlen, zwei deutlich schreiben, hip hop eindeutig schrieben. Jo, wie, bum, klack. Jü, wie, bum, perfect. Okay, ich bin ja da, um euch warm zu machen. Komm, wir fangen mal ganz einfach an. Ich gebe euch ein Hip, ihr gebt mir ein Hop. Hip, hop, hip, hop, hip, hop. Bum, wir knacken. Komm, macht den nächsten Track hier, yo. Was geht? Web-Kursion. Was geht? Ja. Höh, höh, bis ein verstreuter Professor. Schöpfe links, inke blickt nix und schenkt die Cheeks. Mit beiden, mit dem 3D-Optik. Mit du schippern, dort, pack die Daten, klick. Auf den USB-Stick, mach mich voll von diesem Ort. Rein jetzt geschehen, unter Tage übernachtet. Um weitergehen, um ausrichtend Art den Weg zu fragen. Navigation, der Navigator und sein Sohn verfrachten die Programme per Express nach Hongkong. Überirdisch, auch in den Tunnelanlagen. Verletzt für Gas, Wasser, Kabel, versenden digitale Daten. Produzieren lebensechte Umlaufbahnen für die Massen in australischen Masken. Und im Balance müssen wir lieben, von uns zwar 24-7. Es ist diese Logistik, die wir so durchtrieben lieben. Von A nach B oder einfach direkt nach dem Set. Rundlich, ehrlich, meistens ist freundlich. Und manchmal auch nett. Das ist diese Logistik, die wir so durchführen. Musik, please. We keep the asses. We keep the, we keep the asses. We keep the, yeah. Oh, I'm cool. Televisionär. Wollen die Gläser halb voll. Verdratschen halb leer. Da liegt man schnell, kreuz und fehler und ein Quernetz. Registriert, eingeloppt und vernetzt. Sofa surft der Hüchse, wo uns nur von 8 bis Mitternacht. Du bist ein Freund, ja, was hast du mir denn mitgebracht? Ja, ja, da felsig ich mit dem Text. Extra leichter Juni, Mann, der ist echt korrekt in Prekursion. Ja, natürlich machen wir das locker und lässig. Digit, we keep it, wir kommen nicht gelässig. Let me see what about you and me. Heute macht man richtig geiles Konzert in Essence City. Und so ist das normal, wenn man rauskommt, kostet den Text. Aber über diesen Ruhle hab ich mich echt gefreut, korrekt. Was geht ab? Essence City ist am Start. Extra large macht das Ganze locker und smart. Ja, ja, ja. Ey, haben Sie noch Bock? Ich habe eine Sange von dir. Let me see what about you and me. Can we listen to the music, please? Wikida MC. Wikida, 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 Wikida MC. Ja, let me see what about you and me. Can we listen to the music, please? Wikida MC. Wikida, 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 Wikida MC. Wirken, 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 wirken. Ja. 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 Er ist entspannt, ne? Das war die entspannte Variante. Wie geht's euch? Wisst ihr eigentlich, dass jede Reise mit dem ersten Schritt beginnt? Jede Reise möge sie noch so lang sein. Und das ist der erste Schritt. Bäm, ich bin drin, weißt du? Und wir machen jetzt schon mal, bevor wir weitermachen, einmal noch mal kurz zum Wachwerden. Gib mir eine Reklusion. Lauter, gib mir eine Reklusion. Gib mir ein SNCD. Gib mir ein Ruhrport. Ruhrport. Gib mir ein Year K.O. Year K.O. Year, okay. Der nächste Track, wir haben ja so ein bisschen online-mäßig unterwegs, haben auch neue Alpen draußen. Wir haben ja an verschiedenen Stellen, die sind irgendwo frei, könnt ihr euch informieren. Der nächste Track ist Kryptologie. Das ist auch was zum Zuhören und ich muss erstmal Luft holen. Also, gib Gas. Kryptologie, die Geheimhaltung meiner Nachrichten ist das Ziel. Doppeldeutlich, doppeldeutlich, verschlüsselt, spielen wir autogen dieses Spiel. Kryptologie, du erregst es nie. Denn die Filters wissen über antike Magien. Die Filters passen Alphabeten, einfach eine Substitution. Komm ins Schlüssel ist und erfahre die Geheimnisse vom Barbi-Lock. Barbi-Lock is crying. Gespräche auf deinem Handy sind nur scheinbar sicher. Seine Freude kichert ins Handy. Sie schickt den Fächern an am Ende der Welt. Schlüssel, zeige den Code. Mohammed spielt mit Jesus. Das Lied von Tod verhängt Redeverbot. Holland in Norwood am Saddam wird gecrackt. Berlin steht Kopf. Sie haben Angelo bewegt. Sie haben Edward im Ring. Und auch die anderen, die nun tagelang schabandeln, durch sich durch die Wüste wandern. Ein Land der Endlösung grenzt, getrunken für Seite. Durch die schionendlichen Weide dieser Galaxie. Zeile für Zeile, bedeutungslose Reime. Von einem Jedi voller Straßenphilosophie. Zitat von großen Meistern aus mechtenhaften Fabeln. Erscheinen die wie eine aufgetuchte Zutel voller Buchstaben. Oder beim Anmalen dieser Fassaden. Haben sie den Wahnsinn ihres Lebens entdeckt. Reklusion. Kryptologie. Die Geheimhaltung meiner Nachrichten ist das Ziel. Doppeldeutlich, doppeldeutlich. Verschlüsselt spielen die Autorien dieses Spiel. Kryptologie. Du hörst es nie. Denn dir fehlt das Wissen über antike Magie. Dir fehlt das Fassen Alphabete einfach in Substitution. Komm ins Schlüssel ist und erfahre die Geheimnisse von Babylon. Und jetzt zur Reise. Hier ist der erste Schritt. Auf dem Weg dieser Reise wird dich niemand begleiten. Du bleibst allein und alle halt dich für verrückt. Doch nach dem Beschlüssel dieser Zeit in mehrdeutigen Reisen sind sie von deiner Vision in vierten Mission total entzückt. Sie studieren diese Kryptographie. Im Rahmen der internationalen Hiphop-Musik. Bei das Verschlüsselungsverfahren unserer armen Praktik. Armungslos in unendlichen Glaubenskrieg. Es ist und bleibt geheim und versteckt und verborgen. Genau das machen meist Menschen auf diesem Planeten sorgen. Als EBSK-Morg programmieren wir weiter an diesen gönnlichen Algorithmus. Rund um die Uhr beobachten sie uns stur und warten gleich günstig auf die entscheidenden Wähler. Keiner kennt den Schlüssel dieses Codes. Weder dein Vater, dein Freund. Auch nicht dein Träner. Ich bin dein Lehrer. Emotionen. Kryptologie. Die Geheimhaltung meiner Nachrichten ist das Ziel. Doppeldeutig, doppeldeutig. Verschlüsselt. Ich bin der Autor gegen dieses Spiel. Kryptologie. Du herrätst es nie. Denn dir fehlt das Wissen über antike Magie. Dir fehlt das passende Alphabete einfach in Substitution. Komm und Schlüssel ist und erfahre die Geheimnisse von Babylon. Kryptologie. Die Geheimhaltung meiner Nachrichten ist das Ziel. Doppeldeutig, doppeldeutig. Verschlüsselt. Ich bin der Autor gegen dieses Spiel. Kryptologie. Du herrätst es nie. Denn dir fehlt das Wissen über antike Magie. Dir fehlt das passende Alphabete einfach in Substitution. Komm und Schlüssel ist und erfahre die Geheimnisse von Babylon. Babylon is crying. Und jeder weiß. Stop this war is dying. Und jeder weiß. Stop this war is dying. Und ich hoffe, ihr habt die Jugendriefe esse und verrappt auf dem Plan. Das ist nämlich eine sehr familiäre, geile Geschichte. Und deswegen sind wir auch heute hier, um das zu supporten. Und wir spielen jetzt noch einen Track. Der DJ sagt, ist korrekt der Beat? Ja, ich weiß Bescheid. Wir spielen noch einen Track, dann sind wir schon draußen. Aber meine Liebe ist mit euch. Und wir machen jetzt vielleicht mal eine Sache. Wenn ich sag Rapklusion, dann gebt ihr mir ein One Love. Okay? Rapklusion. One Love. Rapklusion. One Love. Fair Rap. Fair Rap. Ich weiß nicht, vielleicht One Love. Aber egal. Komm wir machen erstmal weiter. Newcomer. Zeig ich mal was wir drauf haben hier. So. Wir sind wie ein Newcomer hier, der DJ. He. 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 Und den Punkt gibt es in einem richtig lauen letzter Track. Das Thema heißt Newcomer. Es liegt mit fast 40. Wir spielen mit in diesem Spiel. Liegen wie in der Matrix. So dass nicht erst seit gestern, sondern 1984. Wir lieben diese Spiel. Spielen immer auf Sieg. Das Einzige, was uns stoppen könnte, wäre der dritte Weltkrieg. Aber unser Hip-Hop-Kollektiv entliebevoll dagegen. Mit besten Kinder überkommt, statt aus dem Leben. Schießt du wie an einem Regen? Oder musst du diesen steinigen Weg, die Sailor bis zum Mittel gehen? Ein Tag so schnell wie heute, blickt durchs Fenster zum Hof. Von Watson bis zu Skyline. Hip-Hop ist riesengroß. Das ist unsere wahre Liebe. Verzaubert wie Curse. Das wird für die Szenen alles geben. Check der letzten Mal. Es macht Spaß. Wir reisen von Jam zu Jam. Ich lebe im Leben, auch immer von der Gräte. Die internationale Geile, ein Funkreich gesehen. Ich bin ein wenig, wenn du bist und liebst. Man kann's mir nicht verstehen. Hey! DJ! Newcomer? Nein, ist ein schlechter Biss. DJ Freaky B und ich, wir sind nicht neu im Piss. Digga! Wir sind von uns cool. Ein bisschen back in the day, ist aber voll cool. Newcomer? Dann ist ein schlechter Biss. DJ Freaky B und ich, wir sind nicht neu im Piss. Digga! Wir sind von uns cool. Ein bisschen back in the day, ist aber voll cool. Und wir sind so'n Dicke mit dem Rentnern, rennen einen Rollstuhl. Heutzutage lässt sich nur an der BMC zu weggissen. Wissen, dass sie nichts wissen. Sie können jeden wissen. Ihr habt Faschisten mit der Infobkultur nichts zu tun. Ihr werdet ausgebucht, wir können's in Westfalen starten. Aber man kann euch nicht ernst, wir sind ein schlechter Partner. Da bin ich lieber ernst. Ein Tieter und ein Trainer. Bin ein Endgegner, nur Hater und Verreter. Es ist kein Battle Rapper, sondern selbst ein Antiteter. Und warten wir mal bis zum letzten Battle und Make-Off. Und Kopfschuss, kippe ich, kippe ich, kommt los. Und ist Schluss. In dem Gelände. Exolat, schweiß ich kurz los. Mikrofonen? Beste Marken. Und so macht das Newcomer immer wieder weiter. Ja, natürlich. Korrekt. Du bist ein. Kippe auch. DJ Freaky B. Und weil direkt aus Sumo vor. Kippe ich's mit dir. Ey, DJ. Newcomer? Da ist ein schlechter Biss. DJ Freaky B. Und ich. Wir sind nicht neu im Biss. Digga. Wir sind voll old school. Ein bisschen back in the day. Ist aber voll cool. Newcomer? Das ist ein schlechter Biss. DJ Freaky B. Und ich. Wir sind nicht neu im Biss. Digga. Wir sind voll old school. Ein bisschen back in the day. Ist aber voll cool. So, jetzt gucken wir, dass wir euch wach kriegen hier. Gib mir ein Red Cruze, Jo. Gib mir ein Red Cruze, Jo. Gib mir ein Ruhe Port. Ruhe Port. Gib mir ein Ruhe Port. Ruhe Port. Gib mir ein Each One. Each One. Each One. Gib mir ein Each One. Each One. Each One. And Damien Davis. Damien Davis. Gib mir ein Damien Davis. Damien Davis. Gib mir ein Fair Rap. Fair Rap. Gib mir ein Fair Rap. Gib mir ein Boom Boom Boom. Gibt mir ein Buh, Buh, Buh! Okay, seid ihr wach? Kann ich jetzt gehen? Okay, alles geil! Oder ihr habt noch mal, ihr müsst einfach mal machen. Da kommt schon der Rewind. Also, Tricky Beat hier, K.O. Wir sind draußen, wir lieben euch alle. Let's peace, one love! K.O. J. 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 Vielen Dank.